Guten Tag, liebe Zuseher. Nicht viele Menschen stellen sich heute die Fragen, wozu leben wir Menschen überhaupt? Warum ist die Erde so einzigartig im Weltraum? Wieso der große Unterschied zwischen dir und Mensch? Und gibt es überhaupt eine Zukunft für uns Menschen? Was ist der Sinn unseres Lebens? Und welchen Zweck erfüllen wir durch unser Leben? Nun, die Welt als unser Lebensraum ist ein Geheimnis, das wir verstehen können. Und dieses Thema heute soll Aufschluss geben, warum der Mensch auf diese Erde gesetzt wurde und worin seine große Bestimmung liegt. Diese Erkenntnis ist von der Wissenschaft unentdeckt geblieben. Sie wird von den Kirchen nicht verkündet und wird auch nicht von den Schulen gelehrt. Warum dieses Paradox auf der einen Seite ein erstaunlicher materieller Fortschritt und auf der anderen Seite sehen wir einen kulturellen und moralischen Verfall unserer Gesellschaft. Wenn uns jemand den Sinn und Zweck unseres Daseins offenbaren kann, dann ist es Gott, unser Lebensspender, der alles Leben geschaffen hat. Nun, jedes Auto, jede Waschmaschine, jedes Gerät bekommt eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert. Nun, die Bibel ist eine Gebrauchsanweisung, die Gott uns Menschen auf den Weg gab, um ein friedliches und harmonisches Leben zu führen. Dieses Buch, das man die Heilige Schrift nennt, zeigt uns den Sinn und Zweck des menschlichen Lebens und erhebt den Anspruch, grundlegende und notwendige Erkenntnisse zu offenbaren. Wir lesen in 1. Mose 1 und in Vers 26 bis 27 Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Die Bibel offenbart uns, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden, um als seine Kinder in seinem Reich mit Gott ewig zu leben. Und dazu schreibt der Apostel Paulus in Römer 8, die Verse 16 bis 17 Unsere Erziehung als Kinder Gottes ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind in Gottes Augen zwar Erben, aber erst im Sinne von Anwärtern und noch nicht als Besitzer. Wir sind dazu geboren, um Söhne und Töchter des allmächtigen Schöpfer Gottes zu werden und ewig mit ihm in seinem Reich zu leben. Das ist der Sinn und Zweck unseres Lebens. Im Buch der Offenbarung sehen wir, welche Aufgaben wir im Reich Gottes haben werden. Aufgaben, die alle unsere Vorstellungen übersteigen. Wir lesen in Offenbarung 5, die Verse 9 bis 10 Und ich lese aus der Guten Nachricht Bibel Sie sangen ein neues Lied Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden über die Erde herrschen. Dafür lohnt es sich zu leben. Das ist der Sinn und Zweck unseres Lebens. Das ist die Antwort auf die Frage, warum wir hier auf dieser Welt leben. Unsere unglaubliche Bestimmung ist es, Kinder Gottes zu werden und wichtige Aufgaben im Reich Gottes zu übernehmen. Wenn sie mehr wissen wollen über den Sinn und Zweck unseres Lebens, dann können sie unsere kostenlose Broschüre das Geheimnis ihrer Existenz bestellen oder sie können sich diese Broschüre auch auf unserer Webseite herunterladen. Auch sie können den Sinn und Zweck ihres Lebens verstehen. Denken Sie darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.